Wo will ich hin? Das bringt jetzt nichts, wenn ich den Leuten was schenke, weil es... Morgen ist Sonntag, dann ist eh wieder auf Null. Ah. Na Opa, was bei Pierre? Ich muss noch mal gucken, was da oben in dieser... in dem Tunnel gab. Nee. Ja, da gab es halt diesen eine... Ja, da muss... Nachricht. Richtig. Und irgendwas muss ich da auch noch reinlegen, aber jetzt weiß ich nicht mehr was. Also, das erste habe ich da reingelegt. Ja, das hast du da im Hofbuch-Eintrag, oder? Nee, das steht da, glaube ich, nicht. Hey, bewahren das gleich noch mal. Ich hinterlasse eine Regenbogenmuschel in einer Kassette bei den Zügen. Das ist bei mir. Ich höre mal am Strand, ob da eine ist. Na, ich habe noch zehn Rüben in den Kühlschrank von Bürgermeister Lewis. Ja, irgendwie ist das bei dir anders. Hast du das mit dem Schädelschlüssel denn? Ja. Achso, warte mal. Äh, da war sie doch. Regenbogenmuschel zum Bahnsteig. Achso, zum Bahnsteig. Ähm. Das heißt, ich habe das für dich mitaktiviert, wenn du das jetzt auch da stehen hast. Als ich das erste Mal was hier in die Kassette gelegt habe. In dem Tunnel drin. Ja, das haben wir ja beide. Ach, das war doch eine Batterie, was wir reinlegen mussten. Hast du auch eine reingelegt? Ja, ich dachte, bei dir ging das nicht. Nee, bei mir war, ähm... Irgendwas, irgendein Eintrag war bei mir nicht. Aber ich musste, glaube ich, auch eine Batterie rein tun. Ich schaue mal unten, ob da eine Muschel ist. Für mich. Nur eine ist sogar da. Cool. Hast du eine? Nee, ich habe keine. Hier ist eine Eude. Aber, wie sah die aus? War das das Blaue? Ja, das ist so eine Blaue. Ach, die waren das. Ja gut, die sind ja immer mal zu finden. Und der Winz ist auch nicht am Start. Achso, die Reusen. Ich glaube, das lohnt sich. Ich habe schon keinen Bock mehr auf die Reusen. Nee, das macht doch sinnlos. Ich habe da noch nie was Geiles drin gehabt. Boat, boat. Na, Lensermot. Übrigens, wenn du ganz viele Leute was schenken willst, kannst du Freitagabend in die Kneipe gehen. Da sind fast alle. Ja, musst du nur wissen, was wer haben will. Ja, also, ähm, es gibt so Sachen, die fast jeder mag. So was wie, ähm, Brombeere, die aus den Büschen kommt. Das mag fast jeder. Boat, da haben wir doch noch genug, oder? Nee, von den Brombeeren nicht. Blaubeeren mögen auch viele, das mag ich aber nicht ganz so viele. Also nicht das von ein paar, aber großen und ganzen. Und ich glaube, wenn die dich dann irgendwann mögen, dann taugt denen das dann so wie so. So, ich bin jetzt oben am Bahnhof. Du wirfst die Muschel in die Box, sofort flattert eine Notiz von dem Dachsprach in die herunter. Gut gemacht, deine nächste Aufgabe. Platziere zehn Rüben im Kühlschrank des Bürgermeisters. Ach, dann hatte ich das ja doch schon. Dann hast du das jetzt erst. Okay. Ihr könnt noch mal gewittern hier. Rüben müssen wir eh warten, bis Herbst. Ah, wie sieht's denn aus eigentlich mit unserem Silo? 150 hatten wir ja vorhin. 155. Neues Royal Bunker Album kommt, ne? Echt? Royal Bunker 2. Ende, aber ich weiß nicht, wann ich nehme an, Herbst. Bin ich mal gespannt. Können wir ein bisschen was, da haben wir wieder was. Nur nicht alles, weil dann wächst nichts mehr nach. Ich hab jetzt das Werkzeug nicht dabei. Oh, die sind doch noch nicht hier gegossen, oder? Doch. Manchmal sieht's komisch aus. Hund! Pennt einfach weiter. Oh nein, wir haben jetzt keine Eier und so. Ich hatte auch welche reingepackt. Ja. Man, da sind noch vier drin. Vielleicht hab ich die schon zwendurch wieder zur Mayonnaise gemacht. Komma! Mayonnaise. Ja. Blättern. 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 Job, Job. Job, Job. Job, Job. Ich schlafe. Ich schlafe. Montag in der Früh sind die alle beim Pierre im Laden hinten in der Kapelle. Nicht alle. Nicht alle, aber vier oder fünf. Naja. Helles Bier 300. Müssen wir echt mehr machen. Wir haben das Rezept für die Fässer noch nicht. Können nicht mehr Fässer machen, deswegen. Gleich mal checken. Erst mal Fernseher gucken. Nach dem Aufstehen. Beste. Passt. Gewöhnlich werden Fässer zur Herstellung von Wein aus Traben. Hm. Ich dachte jetzt kriege ich über den Fernseher das Rezept. Ja toll. Das war ja mal ein geiler Tipp. Das haben wir alles schon längst gemacht. Leben auf dem Land. Boah. 47 Lachsbären. Das sind doch die von den Bäumen kommen, oder? Ne. Die liegen immer rum. Ach komm hier. Lachsbärengelee haben wir bestimmt auch schon genügend. Genau. Ne. Eben nicht. Oh. Ich wollte doch eins behalten. Beim nächsten Mal. Tortilla. Ich habe wieder Tortillateig geholt. Ahaha. Ja. Aber da brauchen wir doch nicht so viel Teig. Das ist Verschwendung von Eiern. Ne. Ich meinte hier. Realife. Wohin. Achso. Ja. Für Tortilla. Genau. Haufen Thunfisch da hatte. Also immer noch. Und er hält sich ja ewig. Einfach hier wieder Mini-Pizza gemacht. Oh. Oh. Ich muss sagen. Ich habe beim letzten Mal so eine Packung geholt. Da habe ich den Teig nicht mehr alle bekommen. Also das kannst du auch nicht jeden Tag. Das hängt dir dann zum Hals raus. Wie bei allem. Ja. Klar wie bei allem. Also fürs Zocken ist das echt optimal. Frisch frisch. Ja. Außer der Teig ne. Ist natürlich gekauft. Klar. Aber was ist denn das hier. Eine Zwiebel aufschneiden. Dann packst du die in so eine. So eine. Tupper Dose. Alles in den Kühlschrank. Dann belegst du das. Ich habe extra jetzt so ein. Ähm. Ja hier so eine. So eine Pizza. Soße geholt. Die. Die. Die man zuschrauben kann. Die auch. Äh. Länger sich im Kühlschrank hält. Oh. Hier der Zaun ist kaputt. Lol. Hä. Was. Warum. Die gehen nach einer Zeit glaube ich kaputt. Äh. Echt. Lol. Was ist das denn. Ups. Äh. Haben wir noch was davon. Ne. Holz. Brauchst du dafür. Und an dem Stein oder was. Stein hält länger. Stein. Mal gucken. Stein. Mal gucken. Von den Minen. Müsst du noch übel viel Stein haben. Na die rausreißen jetzt eh nicht raus. Na die rausreißen jetzt eh nicht raus. Ah. So sieht das dann aus. Geht. So. Jetzt wollte ich nochmal bei Herstellung gucken. Wegen so nem Fass Einmachgefäß. Kohlebrennofen. Mayonnaise. Krabbenräuse. Ne. Haben wir nicht. Köder. Käferfleisch. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen keinen Köder für. Wir haben ja auch gar kein Käferfleisch. Weiß nicht wo es herkommt. Das ist doch Miene. Hatten wir doch schon mal. Hä. Aber. Hä. Warum haben wir das dann nicht mehr. Haben wir das alles mal verkauft. Oder wie. Weiß nicht. Vielleicht haben wir es mal für irgendwas verwundet. Also ich. Ich kann dir sagen man braucht nicht so viel sammeln wie man denkt. Man denkt ja man braucht es vielleicht irgendwann aber. Ne. Du 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 du. Da hier noch die Kisten. Organisieren. 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 So. Und jetzt zu leer. Gucken ob sie toll ist da. Alter. Ich hab bei meinem Singleplayer auch die Lea genommen. Das ist praktisch dass die Lea hier unten wohnt. Ja und die nimmt halt Obst und Gemüse. Das was du sowieso hast. Die ist nicht da. Ja die ist oft nicht da. Das stimmt. Aber wo hängt die dann rum. Die haben doch. Ah meine Spitzhacke ist glaube ich noch. Ich hab ja gar keine. Ja die hängt entweder. Die hängt überall rum. Ja der Winster ist ja grad ne. Macht sich auch mal an die ran. Meine. Gold Spitzhacke. Nice. Gold ich hab immer noch Stahl. Achso das mit den Rüben brauche ich ja nicht machen. Das hatte ich ja dann schon. Ah guck mal es gibt Eis. Echt ist da jemand. Ja. 250. Wer ist denn da. Wer macht denn das hier gleich nochmal. Sam. Ne. Alex. Den Alex kannst du alles schenken. Müll. Du siehst ein wenig verbrannt aus. Alles mag der. Alles mag der. Ja dann kriegt er demnächst nur den Müll ab. Wegen der Beleidigung. Müll wird der jetzt vielleicht nicht mögen. Es gibt bestimmt irgendwas was der nicht mag aber. Das ist cool. Danke. Richtiger Depp. Das ist cool. Das ist auch nur ne Blume. Alter die hinter dir war. Oh hier die Oma. Oh hier die Oma. Oh hier die Oma. Ich fühle mich bei diesem Wetter viel lebendiger. Gotteslachs hätte der Pierre gern. Geh doch mal weg du Bürgermeister. Ich will jetzt nicht annehmen. Ich möchte gerne den Kalender sehen. Was steht denn hier eigentlich noch dran. So wo war denn der blöde Zwerg. Der ist oben in der Mine. Vor der Mine in den ersten Raum. Was war das unten in der Kanalisation für einer. Warte kannst du ja nachschauen wie der hieß. Der hieß Krobus. Ah ja ok. Genau. Oh Honig ist fertig. Aber trotzdem der Honig. Ich weiß nicht was es mit den Blumen auf sich hat. Welche Blumen müssen da bei dem Honig stehen. Damit das gut hat. Keine Ahnung. Das weiß ich auch nicht. Aber pack den Honig mal. Ich hab den zum Verkaufen reingelegt. Achso in die Einmalgefäße. Dann kommt da Matt raus. Oh. Ich weiß auch nicht was das bringt. Ob das viel bringt. Keine Ahnung. Aber meistens ist ja wenn du etwas verarbeitest billiger oder teurer dann nochmal. In welche Gefäße? Ich weiß nicht genau in welches das war. Das ist einmal gemacht. Na hier sollst du nicht reingehen. Ein von beiden entweder in dem Fass oder in das andere Gefäß. Ja sind alle voll. Die wabbeln hier rum. Achso. Was wollte ich jetzt? Eier. Eier. Eier wir brauchen. Eier. Zwergengrät. Archifakt. Oh ne Eichhörnchen. So ob ich das das erste Mal sehe ne. Minne. Ich dachte jetzt dass man die irgendwie noch jagen kann. He has un amui aipensan inuin. Has nie mun ami. Also ein bisschen besser hört man schon. Was hast du ihm geschenkt? Ja hier. Zwergengerät. Und der hat so einen komischen Ball neben sich. Null von 10 Herzen. So wird das in den Charakteren auch angezeigt. Checken direkt. ett. Hein.